Nee. Hallo. Warst du grad unter mir oder so? Nee, ich konnte irgendwie nicht fahren so. Ich wurde von irgendwann weggeschoben. Lol. Wär zu schön gewesen, ne? Bitte? Ja. Was? Ähm. Was dann? Besser als wenn er so gefährlich in Mittelfeld rumfliegt, ne? Ja, wettig. Ausgebläht und... Als ob sich keiner den Bank gönnt hat. Oh Mann. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Ich schub sie. Mann. Oh, der wär schön. Wettig. 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 Cool. Wettig hier. War voll gut. Wettig. So, jetzt ab nach vorne, Alter. Pum. Mann. Ja. Nice. Jawoll. Saw. Zuvie Ele. Jau, hast du das gesehen Berti? Oh mein Gott, wir werden da weiter fortgesetzt in der Luft. Du bist weggeschubst? Ja. Machst du das? Ja, ich bin... Ich stand so gut im Tor. Wenn er grad an der Wand lag, ne? Und dann bin ich abgesprungen von da und dann bin ich hinten in dich reingesprungen. Oh... Oh Berti, super. Kommt der in die Mitte? Schade. Ja, kommt er. Angenommen, fliegt Richtung Tor. Windstärke grade sehr gut. Ja, war schön. Ich glaube nicht mal selber. Der hat mich grad geschubst. Ach, sorry Maul. Ich wohne wieder, alter. Alter. Ja. Das darf es jetzt nicht sein. Ja, kein Booster. Hätte ich auch nicht andersrum stehen können. Also ist deine Schuld, Marmel. Ja. Ja, aber ich habe keinen Booster. Spaß. Nein, Spaß. Ich habe keinen Booster gefunden vorher. Mann, ich habe nie einen ersten Ballkontakt. Schon Ewigkeiten habe ich hier nicht mehr. Ich bin dran. Dann sind wir dran. Betti. Nee. Raus. Raus Berti. Raus. Raus. Warum? Oh mein Gott. Ja, raus. Ich bin bei. Ah, ja, ja. Wenn jemand Bock hat. Nee, ich habe ihn boost. Sorry. Du bist. Ja, aber wohin? Ist ja nix. Kann ich wohl das wegschubsen lassen. Nee! Nein! Gott! Du Legender! Danke für die Vorlage. Verdammte Legende, Alter. Als ob es wieder 3-2 ausgeht. Nein! Machen wir doch mal mitte. Doch nicht mitte. Oh Mann. Hade. Ja! 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 Der war schön. Der war richtig schön. Boah, der war halt wirklich richtig geil. Warum? War ganz knapp. Wird nicht so offensiv auch nicht so defensiv spielen. Ja, machen wir ja. Wäre ganz gut, wenn einer wenigstens noch hinten steht, weißt du. Ja! Genauso wie jetzt, Berti. Das ist perfekt von dir. Ja! Ja, was denn? Nee! Wie klappt das? Nein! 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 Ich berühre mich noch so extra weg. Nein! Und das mit dem Torschuss. Das war einfach, damit ich rechts rüber schieße, weil sonst ne... Ich hätte entweder reingeschossen, weil ich hätte stehen bleiben müssen und drehen müssen und so. Und ja. Warten. Unser Angriff. Ja, trotzdem liegt die. Waren alle korrekt hier. Ey, es kann nicht sein, dass sie sich schon wieder gewinnen. Ey, wir sind so gut. Anu Banato Alberto. Was er erst geschrieben hat? Roberto. Ja. 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 Ja.